Die Reise Hallo, wie ist denn? Wie bist denn? Na ja, das ist ein tolles Video, du machst ein bisschen alles aus. Ja, 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 das ist sehr gut. Wo geht denn jetzt hin, die Reise? Ich weiß nicht, warum, schauen wir einmal. Du solltest auf den Berg auf, ich bin gar nicht. Wie viele Kilometer hast du schon zusammen da raus. Das ist morgen. Lange sind wir unterwegs, 20 Minuten, gellig? Ja, so ungefähr. Du wirst ja wohl schon 700 Meter geschürft, oder? Ja, okay. Du, Armeln um die Schloß, du meinst. Ich bin aufgeregt. Perfekt. Daniel Hackhofer, Sieger beim heutigen Quarzierlauf. Wie ist es da gegangen beim heutigen Rennen? Ja, es ist gut gegangen, wenn man gewinnt. Es ist halt gut. Es war ein richtig hartes Rennen. Noch ein richtig hohes Niveau gehabt. Die erste Runde ist schon ziemlich schnell. Und es ist eigentlich halb mal so durchgegangen. Und ja, am Schluss hat er das Glück auf meiner Seite gehabt. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord, oder? Strecke Rekord. Ich weiß nicht, ich bin das erste Mal da. Keine Ahnung. Völlig durchnässt und erschöpft im Ziel vom Pozierlauf. Wie ist es da gegangen heute? Ja, eine super Veranstaltung. Es sind sehr viele Sportfreunde. Zu uns nach Spital in die Sportgemeinde Spital kommen. Und das Schöne ist, dass wir das für einen guten Zweck machen. Jetzt sind wir zuerst schon zwei Stunden Radl gefahren. Jetzt mit der Lebenshilfe haben wir eine super tolle Staffel gebildet, wo jeder alles gegeben hat, wo ich jedem herzlich gratulieren kann. Alex, wie war der Lauf dazu ein bisschen? Ja, der Lauf war echt super. Und ich habe gut laufen und gut trainiert. Danke nochmals. Andi, ja, sensationell mitgemacht. Auch Sportkollegin, die, die uns immer mit dabei ist, die, die uns immer unterstützt. Bis dann gegangen, natürlich ein bisschen. Es war etwas längsamer wie das letzte Jahr. Da war ich Zweite. Aber im Bereich Vierte, Fünfte, glaube ich, ist sich ausgegangen. Da ist jeder Sieger. Wir verdienen alle kein Geld dabei. Jeder, der heute hergekommen ist, hat etwas für einen guten Zweck getan. Und auch für die Gesundheit. Ja, dabei sein ist alles. Herzlichen Gratulation. Andi, wo wir heute aus dem Auto ausgestiegen sind, habe ich dich gesehen. Du hast uns sehr überrascht mit deinem Besuch da. Wirklich von mir und von Alex. Herzlichen Dank, dass du der sportlichen Einladung gefolgt bist. Uns verbindet, uns drei verbindet wirklich sehr, sehr viel. Andi, danke für diese Freundschaft. Danke für die Zeit, was wir mit dir schon sportlich verbracht haben. Mit deiner Familie, mit deiner Dani, mit dem Alex. Ich möchte dich bitten, sag ein paar Worte, was uns verbindet. Warum bist du heute hergekommen? Dominik, unsere Freundschaft ist ganz etwas Besonderes. Und der Alex und der Dominik, wenn du aufruhrst, oder wenn du dich zwar aufruhrst zu einem Benefizlauf oder zu einem Benizrahmen, sind wir natürlich dabei. Und da ist kein Weg zu weit. Ganz egal, ob ich 500 Kilometer fahre oder ganz, ganz egal. Für uns ist einfach das Wichtigste. Wir helfen Menschen und da helfen wir immer zusammen. Und da sind wir miteinander. Und das ist mit nichts zu vergleichen. Danke für eure Freundschaft. Und jederzeit wieder gern. Wir haben ja immer einen Motor. Wie heißt das Motor? Sportfrei! Dankeschön! Ciao zum außerirdischen Robben! Und dann Kobe gehen! Quell BEIN! Kung-För stuff! Vor sporier mit Ömer! Boah! Wir haben nur mit 1000-Besden, stresses borchstück! Und da, dassel werev abiert wird, und wir haben das anders korrigiert. Super-aktial! Und der bounty gegen dich !'